Wie viel sind es? 30 Liter, also insgesamt 30 Liter Sediment. Mal an euch, das ist Black Sand. Schlachtplan für heute. Wir sind an der Elbe. Und zeigen euch mal, ob es hier Gold gibt oder nicht. Alright. So. So. Liebe. Prospektionsergebnis. Sag mal erstes Loch, das war 0, oder? Das war 0. Erstes Loch 0. Zweites Loch, das war unter 1. Was war da? Ähm, was hab ich da? Drei Stück. Drei Stück, ja. Drei Stück. Drittes Loch, also neins. Vier, ganz kleine, aber es zählt. Vier. Jetzt gucken wir nicht nach Größe, sondern nur nach, ist egal, Staub oder Flüte. Vier waren aber ganz klein. Dann das Loch, wo wir jetzt gerade waren. Ich hatte sechs. Du hattest? Drei. Ne, vier. Vier. Also sind wir beim vorletzten noch bei zehn. Und das ganz oben? Sieben. Aber da hattest du nur eine Ladung gemacht, ne? Da hatte ich eine Ladung, genau. Bei nur einer Ladung, das waren jetzt beim zehner Loch zwei. Sprich, da sind hochgerechnet im obersten 14 Elemente drin. In zwei Pfannen. In drei Pfannen. In drei Pfannen. Ah, appreci in drei Pfannen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hier, da, nichts. Wie macht man es jetzt? Ganz einfach. Entweder man baut sich das Fenster zurecht und staut hier alles auf, macht riesen Aufwand. Was machen wir dann? Was machen wir jetzt? Ganz einfach. Binnen nehmen, Heimer waschen. Musik So. Hallo. Also, damit ihr jetzt mal seht, wie hier die Black-Sand-Verhältnisse sind. Das waren jetzt zehn kleine Schäufelchen vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da oben ist schon mal alles nur Black-Sand, kann man sagen. Bedeckt von ein bisschen leichterem Material. Ich muss dazu sagen, dass die Matte, die Prospektionsmatte natürlich leer ist durch die schwallhafte Riesen. Das haben wir auch gefallen. Schaut mal, es ist riesig in der Spanienkarte. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist alles zumindest grau, hier oben schwarz. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, kleiner Wink mal an euch. Das ist Black-Sand. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020